Musik 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 Hey, 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 wir kommen zum Tod! Kommt mal rein! Nur der Arzt ist tot! Hey, 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 wir kommen zum Tod! Okay, das war mir noch mal richtig, das war mir noch mal richtig! Bitte, bitte, bitte! Okay! Jetzt ist der Fall, der Link ist, der könnte noch Karte für die Karte oder Arzt kaufen! Und jetzt hat jeder die Karte für die Karte hier gleich geblockt! Hier haben wir endlich das Ausfälle! Letzten ist Ried, letzten ist Ried, 16.28 Uhr, damit ist der reiste Ende, das war gespielt! Hey, 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 wir kommen zum Tod! 2-2! Wir kommen zum Tod! Hey, 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 wir kommen zum Tod! 2-2! 2-3! 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 3-3! 2-3! 2-3! 3-4! 4-5! 3-4! 3-5! 4-5! 4-5! Zum Auftakt Heimspiel, da gewann Hertha BSC über Eintracht Frankfurt 6 zu 1. Es kamen 54.000 Zuschauer und was wir so im Vorfeld hier sehen, das wird volles Stadion, zumindest über 60.000 und im Vergleich zu anderen Stadien, ja damit kann man sich aus Berliner Sicht doch sehen lassen und den Schatzmeister von Hertha BSC, den Freuds garantiert.